Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Tutorial und heute zeige ich euch, wie ihr einen Aufzug mit den Falltüren macht, aber die einzelnen Ebenen auswählen könnt. Falls ihr nicht wisst, wie ein Aufzug funktioniert, dann könnt ihr auch noch meine anderen beiden Videos angucken über den Aufzug. Müsst ihr aber eigentlich nicht, weil ich werde das ja sowieso hier nochmal machen. Also zuerst baut ihr hier eine Druckplatte hin und dann zwei Blöcke davon entfernt, also zwei bleiben frei. Macht ihr hier erstmal ein paar Steinchen nach oben, kommt eben darauf an, wie hoch ihr sein wollt. Dann geht es hier lang, anders wie beim vorherigen Aufzug müsst ihr das ein bisschen anders machen, nämlich kommen hier immer zwei Repeater hin. Das werde ich euch jetzt zeigen. Hier geht es hoch. So, zwei Repeater. Den einen macht ihr auf das Maximale, den anderen lasst ihr so. So, von hier geht es dann eben auf diese Seite. Und von da ganz rum bis nach hier. So, das verbindet ihr. Dann kommen hier wieder zwei Repeater hin. Und da das jetzt ja zusammen ist, setzt ihr einfach Blöcke drauf, damit das sich nicht gegenseitig stört. Dann geht es hier eben wieder weiter. Und das wiederholt sich eben bis ganz oben. Und ich denke mal, da müsst ihr jetzt nicht dabei sein. Das werde ich allein machen und wir sehen uns dann gleich. Bis dann. So, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen nach oben gebaut. Mit Betonung auf ein bisschen. Und ich kann euch kurz erklären, warum wir zwei Repeater brauchen. Nämlich würden wir einfach stecken bleiben, wenn wir auf so eine große Entfernung nur einen Repeater nehmen, weil die Verzögerung ein wenig zu klein ist. Das heißt, wir bleiben hier jetzt einfach stehen. Wir können auch nicht nur durchlaufen. Wir springen dann und kommen eben automatisch nach oben. Wir werden uns jetzt ein paar Stationen hoch aussuchen, wo wir später aussteigen möchten. Nämlich einmal hier ganz oben eben. Machen wir einfach so. Dann sagen wir noch einmal hier. So ist es eigentlich am einfachsten zu machen, weil man dann immer von der gleichen Seite kommt. Dass man das eben da im Blocken setzt. Und dann hier. Weil es ist dann so, wenn wir das fertig haben, dass wir hier hochkommen. So, und das hier geht gar nicht weiter. Das heißt, wir können springen, wie wir wollen. Wir bleiben genau hier stehen und können ganz gemütlich aussteigen. So, wie viel haben wir jetzt? Eins, zwei, drei. Machen wir noch eins. Und zwar hier hin. Genau. Und jetzt geht es eben zu der Auswahl. Dafür machen wir hier vier Blöcke. Dann brauche ich einen Button. Vier Buttons. Die machen wir einfach so nebeneinander hin. Sieht man jetzt nicht so gut, aber das passt schon. Hier kommen Repeater hin. Hier wieder. Und in die Mitte Redstone. Was ganz wichtig ist, ist dieser Block hier. Denn einer der Repeater gibt die Energie an diesen Block ab, welcher dann diesen Redstone Dust auslöst. Das heißt, wir drücken hier drauf. Und das hier geht an. Genau. Jetzt geht es hier weiter. Das machen wir so. Dann hier. Da muss man immer gucken, wie es gerade passt. Damit das nicht irgendwie zusammenläuft. Und irgendwie den anderen Redstone Dust stört. Oder so. Hier kann man jetzt nämlich wieder sowas hin machen. Weil das hier nicht da hin übertragen wird. So, jetzt noch eins. Obwohl. Das hier müssen wir gar nicht machen. Weil das hier wird die obere Ebene. Genau. Und deswegen müssen wir es mit nichts verbinden. Jetzt kommen hier Speicherzellen hin, die wir vertikal nach unten machen. Das heißt, wir machen so etwas hier. Das ist eigentlich eine ganz normale Speicherzelle. Nur eben nicht normal 3x3, sondern nur eins in der Breite und zwei nach unten. So, hier kommen so Torches hin. Und dann noch hier ein, äh, zwei Blöcke wieder drüber. Mit einer Torch wieder dran. Und Redstone oben drauf. Das werden wir jetzt mal resetten. Und ihr seht, wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf drücke, geht diese Speicherzelle aus. Okay. So, und jetzt müssen wir noch erreichen, dass zuerst alle ausgehen und dann nur die, wo wir gerade drauf drücken, an. Dafür ist dieser Redstone Dust. Und wir machen zuerst mal hier drüber eine Linie. mit Redstone und, naja, Redstone Torch immer über diesen Bereichen hier. Genau. Oh, ich glaube, nein, das stimmt nicht. Genau, wir müssen jetzt hier in der Redstone Torch hinmachen. Und das müsste eigentlich klappen. Was noch wichtig ist, dass wir hier die Repeater verzögern. Auf insgesamt acht Verzögerungen mache ich das immer. Ich weiß nicht genau, wie viel man braucht. Aber acht reicht auf jeden Fall. Also hier sind es jetzt acht. acht, vier, sieben, acht, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, wir drücken jetzt hier drauf. Zuerst wird alles deaktiviert. Danach kommt nach einer Verzögerung das hier an. Genau. Und wenn wir das drücken, dann ist alles deaktiviert. So, jetzt werden wir hier weitermachen. Und zwar gehen wir bis zu dieser Reihe. Und zwar hauen wir das hier erstmal weg. Jetzt kommt hier ein Endgate hin. So, dass von hier das zweite Signal bekommt. Das habe ich mir ein bisschen verschätzt. Und jetzt gucken, ob es schon klappt. Nein. So. Und so. jetzt verbinden wir das und jetzt muss ich kurz überlegen. Ich werde das hier mal anmachen. Jetzt müssen wir oben stehen bleiben. Und das ist an. Genau, ich glaube das stimmt. Wenn es nicht stimmt, ist ja auch noch nicht so schlimm. Das können wir noch ändern. Jetzt machen wir das und das sind ja hier zwei Verzögerungen. Das heißt, wir können den hier ganz weg machen. Und den auf die dritte Stufe, damit das alles wieder glatt läuft. Nee, das kann nicht richtig sein, oder? Darf wir versuchen es mal. Also wir haben jetzt hier draufgerückt. Ich springe die ganze Zeit. Genau, es klappt. Hier, diese Falltüre ist nicht mehr aufgegangen. Das heißt, wir sind hier einfach hängen geblieben und kommen nicht weiter. Wenn wir jetzt auf den anderen drücken, das müssen wir eben gleich noch machen. Huch. Dann geht das hier einfach nochmal weiter. und er kommt eben höher. Das werde ich jetzt eben machen, weil ihr kennt ja das Prinzip jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So. Ich habe jetzt hier alles nach oben gebaut. Also genau das gleiche wie unten. Und jetzt in dem Zustand, dass nichts aktiviert ist von denen hier, muss diese Torch aus sein. Diese war vorher bei mir an, genauso wie die hier oben. und da müsst ihr dann einfach hier ein Notgate einfügen und dann klappt das auch. Hier habe ich jetzt noch einen Repeater gemacht, damit man ein bisschen mehr Zeit hat. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie es klappt. Zuerst gehe ich nach ganz oben. Und ja, das dauert jetzt erstmal ein bisschen. So, wir sind angekommen. Also jetzt gehen wir auf diese Etage. Hat auch geklappt. Hier hin. Klappt genauso. Und wieder auf die erste Stufe. Klappt natürlich genauso. Ich wollte hier einfach stecken. Und wir gehen raus. Also das war es auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fände es ganz cool, wenn ihr mir ein Feedback geben könntet, ob es bei euch geklappt hat. Wenn ihr es denn nachbaut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann.